Hey Leute und willkommen wieder mal zurück bei Super Mario Galaxy. Es war ja schon fast eine Pausierung des Projektes, so lange habe ich nichts mehr aufgenommen. Ist wirklich schon sehr lange her und ja, tut mir leid für die, die das Projekt wirklich gut, also stark mitverfolgt haben. Dass es wirklich so lange fast schon in die Pause ging. Ja, das war meine eigene Domain. Ihr habt ja gesehen im letzten Part. Ich war an die Batterien schwach und musste Batterien kaufen. Das hat auch wieder lange gebraucht, weil es mich immer ankackte, extra für Batterien aus dem Haus zu gehen. Und dass ich dann immer einkaufen ging, ich es immer vergessen habe. Aber das ist jetzt halt meine Domain. Wir gehen nochmal in die Graustrandgalaxie. Weil wir letztes Mal kleinen Pinguinen den Panzer geklaut haben. Und das Rätsel der Strudelhöhle. Und das Rätsel der Strudelhöhle. Und das Rätsel der Strudelhöhle. Wer von euch gedenkt, wer von euch gedenkt, alles so in den Urlaub? Oh, gib bitte Panzer. Komm her, komm her. Hallo, dankeschön. Der will ja nicht mehr. Ich glaube, ich muss den hier entgegenkommen. Verpiss dich. So. Damit wird das auch erledigt. Wieder das alte Prinzip. Pinguin etwas stil. Damit man selber vorankommt. Das ist Marios neue Praktik. Verdammte Fledermäuse. Lass mich weg. So. Let's go. Das ist jetzt wieder so eine schöne Jump-Passage. Gumba durchlassen. Nektatuonk. So. Oh, nee. Ich will es ohne Pilz machen. Oh mein Gott. Nein. So riskant. So riskant. Scheiße. Da wird jetzt zu viel riskiert. Oh, nur noch drei Leben. Scheiße. Ich vergesse ja, dass bei Mario Galaxy die Extra-Leben weggehen mit der Zeit. Egal, egal. Komm, Wump. Geh rauf. Geh rauf. Schon bin ich durch. So. Jetzt werde ich das leben. So. Boah. Bäh. Geh weiter. Woop. 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 Wooppa. So. Im Inneren des Swamps isst man sich. Oh mein Gott. Jetzt hier durch. Waaah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nur noch hier rauf. Warten. Oh nee. Jetzt muss ich so lange warten. Mach's schneller. Schneller hier. Hier ist 50. Zone. Durch hier. Boah. Okay. Jetzt hatte ich wirklich viel Glück. Das ist jetzt wirklich schon das Ende. Ich bin gerade sehr ruhig. Ich muss gerade sehr stark. Auf das Bildschirm gucken. Sehr gute Deutsche, Mr. Blade. Wir haben den Stern. Ich hatte mit mehr Fails. Gehofft. Damit ich wieder ein bisschen da reinkomme. In das Kommentar reißen wir mal. Ich bin zu gut um zu fangen. Das war ein bisschen zu arrogant. Findet ihr auch? Okay. Nee, nicht speichern. Abbrechen. In welche Galaxie gehen wir jetzt? Tempokomete. Aber ich habe gerade Bock drauf. Wenn ich ehrlich bin. Hey, wir können schon zu Bowsa. BUM! Dann gehen wir mal zu Bowsa Juniors. Schiffsfabrik. Schiffsfabrik. Der Deutsche. Der Deutsche. Riesig schwer zu sprechen. Ich habe fertig. Ich würde jetzt ein gewiss Italiener sagen, aber wir sind nicht mehr dabei im Fußball. Wir sind hier bei Mario Galaxy. Obwohl, ich bin auch Italiener. Okay. So, ich möchte einen Italiener machen. Spaghetti, Tortellini. Macaroni. Francesco. Oh, gut, ich muss das sagen. Sehr viele Schiffe. Jetzt sind wir bei. One Piece. No, 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 no Wir packen Wir packen Oh mein fucking복, ich dachte Ich bin tot AHHHHHHHHHHH Ice 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 Weißt du wie du das tut Soll ich dir dem Arsch verbrennen? Ok. Sehr geil das man hier Dann! Komm, mach den tot! Hallo? Lalalala, willkommen, Luma-Laden! Ich verkaufe etwas im Ausnütziges für 30 Sternteile. Wie viel habe ich? 20, toll. Ah, nee, Papagei, cool sein. Oh, Sternteile! Mehr, 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 mehr! Immer mehr! Morgon, äh, auf! Nein! Warte, wir können auch runterstehen. Ja, ich habe genug Sternteile! Jawoll! Auf zum Luma-Laden! Hallo! Ja, komm her! Ich will was kaufen. Ja, ist gut jetzt. Ah, ich muss... Da mal an den Positionen, in der mein Arm fällt. Ich will Max-Kraft! Zeit zu bezahlen, aber keine Sternteile weniger als... ...als vereinbart, oder? Okay, ist ja auch egal. Dann mal wieder mal verwandeln! Nein! Nein! Guck mal, hier ist wieder Manfred! Komm, Manfred! Tschüss, Manfred! Nein! Nein! Der Sternteile ist runtergefahren! Oh, nein! Jetzt kommt die Passage! Ja! Hilfe! Weg da, weg da! Aua! Nein! Ihr Bastarde! Nein! Das tut weh! Das tut weh! Oh, nein! Komm! Jetzt will ich schon wieder das hier machen! Tschüss! Sternenteile! Sternenteile! Tschüss! Sternenteile! 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 Weck! 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 Rauf! Rauf! Und noch 3 Sternenteile! Dankeschön! Und adieu! Nee! Wenn wir das jetzt wirklich immer wieder machen... Oh mein Gott! Ich springe hier fast freilich in den Tod! Lalalala! Willkommen im Loomerladen! Es geht jetzt! Gib mir wieder Max-Kraft! Ich erinnere mich noch an die Mission, dass ich hier soll! so oft gefällt! Das hat mich gefallen! Das hat mich gefallen! Das hat mich gefallen! Ja, komm! Verwandlung! Gebärdenpilz! Danke schön! Hey Manfred! Du bist schon wieder! Das war das mit dich am Leben gekommen! Sie haben wir mal nett! Manni! Die Kugel hier einzuschätzen ist immer schwer! Uah! Nein! Mein Gott! Tschüss! Ging ja ganz einfach das! Tschüss Kamek! So! Komm her! Baby Bowser! Bowser Junior! Schon wieder du! Du gehst von hier auf! Da muss ich dich eben persönlich platt wälzen! Wenn du den großen Stern haben willst, dann versuch doch ihn zu beuten! Woher kommt ihr jetzt hier? Woher kann ich still Koopas? Der ist ein Grise! Nein! Verdammt! Ja! Kann ich auch mal Koopa? So! Und! Du gehst doch verrückt! Getroffen! Du gehst doch verrückt! Jetzt fallen sie wieder weg! wieder getroffen wie es war schon die bosskämpfer sind oh mein Gott noch nicht fertig noch nicht fertig noch nicht Feuerball verdammt jetzt muss ich ihn so treffen das könnte schön werden getroffen ja Kamek Fick dich Kamek jetzt reicht es Fick dich weg wo ist die andere verpiss dich weg naja ja guck ein wenig woher kommt die denn verdammt weg 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 ja soviel zum Thema die Bosskämpfer habe ich schwer in Erinnerung in wieder zu tun ist ja Wart 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 Fick dich gut bei der Schwoene Maximo Koffer woher du lässt Wurzer man weck mich werden schon wieder zu tun ist Wartel ist durch Wartel ich habe die Führung aus dem Stiftfakt mit Nene, 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 nene. So! Tötis! Oh mein Gott, ey! War doch schwieriger als ich... ... in Iron Man. Komm her. Oh! Verdammt! Großen Sternehalt! Oh mein Gott. Sorry Leute. Aber ich würde jetzt mal los mit meiner Stimme. Warte, habe ich auch die 100 Abos geknacht. Das motiviert mich voll Leute. Nur noch knapp 10 Abonnenten und wir haben die 100 Abonnenten. Der Kern wird immer größer. Nächste Koppel. Das Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer. Das ist ein Schlafzimmer. Eine neue Galaxie entdeckt. Im Schlafzimmer. Dank dir und deinen Freunden sind die Kuppeln, dass unser Stock wird alle angesprochen. Sobald die Maschinen im Maschinenraum im oberen Stockwerk wieder anspringen, wird die Steinwarte des Kometen wieder als Sternenschiff fungieren können. Dann gehst du auch zum Zentrum des Universumsreisen genommen, die die kostbare Person auf dich wartet. Wo die kostbare Person... Ah, komm weg mich! So. Leute, ich benenne dich hier mit dem Part. Ich hoffe ihr hattet euren Spaß. Wir freuen uns über den Arm hoch. Bis zum nächsten Part Leute. Tschüss! 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 Tschüss!